Also wäre ich wirklich im Leben nicht draufgekommen. Okay, hier ist nicht die Musik. Hier auch nicht. Das heißt, ich muss hier rüberspringen. Aber ich kann nicht hier rüberspringen. Ich kann doch hier rüberspringen. Kann ich das Ding aber jetzt einfach mal umwerfen? Falls ich nochmal... Dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Dankeschön. Ist das die richtige? Und was zur Musik noch dazugehört für die Leute, die echt nicht gut mit Musik sind. Die ganzen Dinger, wenn die nach links ziehen, sieht man es auch optisch. Hier. Warum hast du diese Luftblasen denn bei dir, wenn du bei den Türen bist? Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Hinweis. Wenn du das akustisch nicht wahrnimmst. Okay, Buddy, du bist ein bisschen... Okay, bist du wirklich mein Buddy? Du bist nicht mein Kumpel. Wer ist er denn? Also er hat zwar das Ding von meinem Kumpel an, aber... Ich will dir nix wegnehmen. Ähm... Ich muss gerne Angst haben. Kann ich dir irgendwas geben, damit ich dich beruhige? Äh, Teddy? So was? Äh, was jetzt? Kann ich an dir vorbei? Ich nehm nicht den Hammer. Nee. 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 Ich muss jetzt... Echt jetzt? Ich... Ich... Zerstör jetzt nicht seine... Seine... Nee. Äh... Ist er jetzt nicht euer Ernst? Ich drückte jetzt... Ich drück... Ich... Wer hat von euch zwei mehr Angst? Wer meinst du jetzt? Ey, das wollte ich nicht. Ich... Wirklich? Warum denn? Buddy, I'm sorry. Ich... Ich wollte es nicht. Oh Gott, jetzt ist der sauer. Also zu Recht. Ich wär auch pisst. Ich kann das komplett nachvollziehen. Hey, Kumpel... Äh, äh... I'm... Very sorry. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich bin nicht hier. I'm not here. I'm not here. Anymore. Okay, ich hätt mich da verstecken sollen. Scheiße. Ja, Mensch, bin ich... Gewalt ist keine Lösung. Ich weiß. Ich... Ich wollte es ja auch nicht. Ich... Ist ja mein Buddy eigentlich. Also... Äh... Aber... Das Spiel hat es von mir verlangt. I don't like... Also, I don't like... Ich mag das wirklich nicht. Ich wollte meinen Kumpel nicht verärgern. Er ist halt mein Kumpel. Ey, so ne Scheiße. Was macht denn das Spiel mit mir hier? Es... Äh... Nicht schön. Ich... I'm... I'm so sorry. Es tut mir wirklich leid. Können wir... Können... Oh, alles cool. Alles cool. Easy. Entspann dich. Oh, nee. Ey, sag mir nicht. Ich muss den wieder irgendwie rufen. Den... What the fuck? Okay, das war... Das war jetzt nicht so knapp. Also, ist es jetzt mein Ziel, mit der Axt... Seine Spieluhe kaputt zu machen. Ey, bitte nicht. Ey, wirklich jetzt. I'm... Ich... Ich bin weg. Boah, ich hab so gar keinen Bock mehr. Alter, hat der mich zerschmettert. Ruhig dich. What the fuck? Ich... Es tut mir leid. Es zerbricht mir das Herz. Ich habe einem Kind nie sein liebstes Spielzeug. Nein. Also, ich... 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 Wäre ja genauso... Also, hä... Was... Wir sind... Der macht es auch noch... Mut willig kaputt. Und ich weiß noch nicht mal warum. I don't know. Oh, fuck. Okay, warte mal. Wo komme ich hier raus? Boah, ich muss ihn noch mal schlagen. Alter, 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 alter. Jei, 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 jei. Moin. Weißt du, aber Sommer ist ja mal gar nicht so angenehm mit dir. Okay. Scheiße, ich wollte es genau umgekehrt machen, taktisch gesehen, dass er dann halt, ne, aber ja, hat semi-gut geklappt, würde ich sagen. Okay, wait. Wir machen es nochmal. Es tut mir wirklich extrem leid, also, oh man, warum muss ich das denn machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Glaube ich in die falsche Richtung? Anscheinend nicht. Okay. Alter, das wird ja immer schwieriger, weil es ändert sich halt alles. Scheiße. Okay, 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 okay. Kann ich irgendwie an diese Axt hier rankommen ohne... Okay. Ich würde sagen, nein. Hä? Hä? Ich war doch gar nicht in seiner beschissenen Nähe. Okay. Oh, fuck. Alter ist aber auch verdammt schnell unterwegs, der Junge. Okay. Nochmal. Das war jetzt unklug. Das war richtig unklug, dass ich es gemacht habe. Weil ich komm hier... Oh, ich komm hier mit dem Ding nicht durch. Ja, komm mal her, mach mich immer noch tot. Ja, mach mich doch tot! Kann ich grad sagen. Warum bin ich denn auch runter gehüpft? Ich dem Lack. Also meine Taktik ist ja eigentlich, ihn auf... ihn auf das... auf diese Tür zu fokussieren, damit ich... nicht da hinten hin kann. Jetzt ist die Frage, ist es eventuell cleverer? Äh... ihn auf die andere Tür... hinzubringen, weil dann brauche ich wenigstens nicht springen. Wie weit reichen denn seine Griffel? Das Problem ist, der Weg ist zu lang, um dass ich dann an die Spielu komme. Und er muss mich nur streicheln, damit ich umfalle. Ich denke, du musst auf zweimal machen. Sie ist zu schnell. Okay, warte mal, wir können ja mal was ausprobieren. Können ja mal was machen. Wir können ja mal sagen, hier hin. Dann hier hin. Und er dreht sich um und gibt mir ne Kelle... Wirklich, so ne Kelle hab ich ja noch nie gesehen. Kann ich? Wait, kann ich? Nein. Kann ich nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. So kann ich das. Okay, ich muss mit Rufen agieren. Okay, meine Güte, das war jetzt aber auch ein bisschen tricky. Aber hier will ich das gar nicht kaputt machen. Das ist ja noch das Schlimmste daran. What the fuck? Einfach weggeschoben. GG, nice. Dankeschön. Also ich weiß ja nicht, was das für einen Mehrwert hat, dass wir jetzt die Spieluhr, die kleine, schöne, kaputt gemacht haben. Aber okay. Irgendeinen Sinn muss es ja haben. Ich muss noch mal? Really? Scheiße. Aber da ist unser kleiner Buddy. Hey, 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 Buddy. Haben wir dich befreit? Ey, Kumpel. Lass uns mal lieber ganz schnell von hier verduften. Okay, warte, warte. Ich renne dir hinterher. I'm on my way. Diese Klubsaugen, die finde ich nicht so geil. Bin ich ehrlich. Und ich bin nicht der Schnellste, wie es aussieht. Ich hüpfe und hüpfe und bin tot. Ich bin gefangen. In irgendwas. Dieser Fleischklubs hat mich zermatscht. Ich drücke Sprinten übrigens, ne? Ist dir schon bewusst, dass... Okay, ihm war das Null bewusst, dass ich Sprinte. Okay, cool. Ist ja jetzt nicht so... Ja, genau. Kletter nochmal drüber. Ja, du bist... Ich bin sofort wieder tot. Ja, ja, ja. Wir glitschen. Ja, cool. Ja, und jetzt... Ja, ja. Wir wollen spannend machen. Genau. Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem für uns. Ja. Okay, cool. Nun, steh doch auf. Okay, wir machen Slow-Mo. Die Kursoff, wir müssen jetzt jumpen. Nice. Und heben wir uns doch hoch. Bitte. Hey, weh, du lässt uns jetzt fallen, weil wir deine Spiegel kaputt gemacht haben. What? What? Yes. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war da jetzt nicht sein Ernst, oder? Ich mach alles, damit ich ihn irgendwie da raushole und er lässt mich... Ah, ist kein Fall? Ich mein, okay, wir haben seine Spiegel kaputt gemacht. Aber was für ein Arschloch-Move! Ich hätte ihm noch eine neue gekauft, oder gebastelt, oder... Weiß ich nicht. Ja, ich hätte ihm eine neue besorgt. Hier ist ein Stuhl. Warum ist hier ein Stuhl? Und... Das sind ganz creepige Augen. Wo sind wir? Okay... Äh, was? Was ist das? Ich weiß es nicht. Aber wir werden... Größer. Also... Erwachsene wahrscheinlich. Zwar sehr einsam, aber... Oh nein. Werden wir dieser Slenderman... Auf die... Also auf die Zeit gesehen? Auf die Dauer? No way. Wir haben uns quasi selbst bekämpft? Oh no, 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 no. Wenn ihr jetzt noch einen Anzug jetzt hier... Also gleich so ein Hütchen noch auf den Kopf kriegt, dann... Dann... Dann waren wir der gruselige Typ. Und wir waren der gruselige Typ. Oder durch die Erfahrung dazu geworden. Das kann sein. Das ist ein ewiger Kreislauf. Du Scheiß. Das, was wir einst gejagt und gast haben und selbst zerstört, waren wir selbst. Wir sind als Kleiner vor so einem Menschen davongelaufen und sind später selbst zu so einem Menschen geworden. Ja. Geht so unter die Haut, das stimmt. Krass. Krass. Krasses Spiel. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir später derjenige sind, dem wir einst gejagt haben und selbst sogar zerstört haben. Und mit der Zeit sind wir selbst zu so einer Person geworden. Interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten gerne ein Abo da lassen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und wir sehen uns dann gerne wieder beim nächsten kleinen Projekt. Bis dahin sag ich erstmal. Hey, yo. 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 Hey, yo.